Mitten im Zentrum, das neue Jugendhaus, die ehemalige Rote Schule aus Rotem Backstein gebaut. Das Haus ist zwar schon älter, trotzdem haben die Jugendlichen in Nagol das Gefühl, nicht nur geduldet, sondern willkommen zu sein. Warum kommst du ins Jürz? Weil es Jürz ist wie ein zweites Hause für mich und es macht mir sehr viel Spaß. Was gefällt dir hier am besten? Tekendienst mache ich am liebsten hier, also auch Billiardspielen macht mir auch sehr viel Spaß. Wie heißt du? Ich bin Harum. Warum kommst du ins Jürz? Weil ich mit meinen Freunden hier treffen kann und weil es einfach ein Treffpunkt ist und man sich an Leuten inspirieren kann hier und man viel mitnehmen kann. Was gefällt dir hier am besten? Eigentlich alles. Wie heißt du? Ich bin Robin. Warum kommst du ins Jürz? Das ist wie so ein zweites Zuhause für mich. Was gefällt dir hier am besten? Man kann hier essen, man kann über alles reden und ja, mit Freunden treffen und so. Wie heißt du? Ich bin Jonuz. Warum kommst du ins Jürz? Ich kann hier chillen, ich treffe mich hier mit allen Freunden, hier gibt es WLAN, alles mögliche, hier ist es warm. Ja, man kann Billiardspielen, Tischkicker, alles mögliche. Warum kommst du ins Jürz? Also für mich ist so etwas wie ein zweites Zuhause. Ich kann immer mit jeder Person hier reden und es macht mir auch Spaß. Und ich komm gerne ins Jürz, weil ich treffe mich gerne mit Freunden hier und die haben immer was zu tun. Ja.